Scheiße Ich hab nen Devimon gefunden Ja wo waren nun mal die Hanubimons? Mach her da hinten Da guck mal viele Da knabbert schon wieder jemand an seinem Kopfhörn In seinem Mikro Da knabbert schon wieder jemand an seinem Kopfhörn In seinem Mikro Da knabbert schon wieder jemand an seinem Kopfhörn In seinem Mikro Keine Ahnung Ja das geht echt schnell zu zweit Ja logisch Paladin Power Ja I'll be back Muhahaha Hebe Hebe Ja Ja Poseidon Forest Desolate Trail Ok ja da bin ich auch Also Sand Forest Ich geh grad auf Channel 1 Weil ich Devimon suchen muss Ok Ja ich warte am besten am Eingang Ja ich hab nen Devimon Channel 2 Ok Wah 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 So noch 2 Janubimon Leader Geht schnell Muss dann auch noch in die Party eingeladen werden Ja super Jetzt muss ich noch rausfinden welche von den 100.000 du bist Alles klar Schreib einfach im Gildenchat Plus Das müsste wohl reichen Kampfmaus Fertig Ja Eine kleine Kampfmaus Ab Gib ab Ja das hab ich doch vor Denkst du ich will die Quest behalten Nein ey Waren wir klar Also wo stehst du? Ähm ich stehe Da wo Du siehst doch in der Mitte von der Map Ähm dieses runde Dinge wo du auch die Quests her hast Ja Da drüber bin ich Also so bei dem grünen Baum da In dem Höhlechen in der Mitte Oben Jetzt muss ich nur noch diesen Scheiß bei Angelouman finden Ja der läuft Ah Shit Boah dein Digimon ist so fett dass ich dich nicht sehen kann Ach da ist es Jawohl Ich wusste dass du mich Für meine Kicke Schick falsch und hab mit Essen erstmal fertig Du warst doch eben hier Shit Die zweite gibt's Morde Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich mach voll fett ey So ich muss jetzt Skullgreymon skillen Was muss ich hier? Skullgreymon Also 10-15 Stück Ich weiß Ich weiß Ich weiß schon Die kann ich wohl hinten Aber das ist noch die Okay ich hab versucht mich ein Okay ich hab versucht mich ein Ich hab versucht mich ein Dazu sage ich nur Titten! Titten Monster! Komisch, du warst doch eben irgendwo hier am Stehen. Mein Computer war wacke, ich hasse das. Ey, bei den Japanern wird das Weihnachtsessen traditionell bei KFC verspeist. Das Restaurant ist so überfüllt, dass man zwei Monate voraus bestellen muss. Läuft bei denen! Richtig geil! Richtig geil! Nein! Achte mal jetzt Henry. Dann will ich dich mal suchen. Nice. Jetzt hat's jemand gekillt. Mittelkreis, Ziggy Forst, da bist du ja. So müsste das jetzt aber gehen. Guck mal Henry, alle weg, Alter. Ich weiß nicht, wo bei all der Wiemons stehen. Ich bin einfach mal rumgekommen. Ja, hier war gerade der Wiemons, das hat da eine Typ gerade geklatscht. Ich brauche noch 6 Skygrammon und 8 Glieder. Ach, ich renne dir nach, ich find mich hier eh nicht zurecht. Normalerweise müssten... Mal ab und zu Dinger fahren. Vorne hier wahrscheinlich überall die Viecher. Immer hier an diesen komischen ähm... Sieht aus wie Inseln mäßig. Ich stand eben hier irgendwo, da warnt der Wiemons. Aber ob es noch da ist, weiß ich nicht. Ja, hier stehen normalerweise auch der Wiemons. Ja, hier stand eben eins. Aber ich hab dich zuerst gesucht. Äh, ich auch an der Kirche müsste auch eins stehen, wenn wir Glück haben. Nur hier hinten dann schon. Ja, ich bin auf der Weile lang gerannt, hab die gesucht. Ja. In der Hoffnung, ich find zufällig eins. Also diese scheiß Soulmon habe ich mit dem anderen Typen gekillt. So, jetzt noch 6 Lieder. Ja, hier sind keine. Ah man, nochmal so schnell. Wir können noch zur Kirche rennen und drauf hoffen, aber... Ja. Ich hab gehört, in der Ecke von der Kirche sollen manchmal eins stehen. Ansonsten, ähm, gehen wir mal um und gucken, ob die wahre Monster Emon da sind. Oder was. Dein Digimon ist ja riesig im Vergleich zu meinem. Oh, Level up. Hm? Kommt noch. 4. Ich würd ja meinen Feuer auf Vogel kämpfen lassen, weil der wird von einem gegen One-Hit etwas rumrennt. Ne. Ich hab's eben ausprobiert, ich bin aber erhaupt gegangen. Deswegen weiß ich das. Und hier wird der Zitat ab, ey. Also angeblich steht hier manchmal im Devimon. Ja, hier spawnt auch normalerweise ein Devimon, ansonsten lass mal Channel 0 gehen. Ok, jetzt wieder abgeben. Wieso werd ich angegriffen? Weil das Leader sind, die greifen automatisch an. Ja, aber ausrechnen, wenn ich den Channel wechseln will, mal ehrlich. Hier ist ein Devimon, Channel 0. Ja, ich eile schon. Geht schnell, ne Henry? Mhm, ja. Oh shit, hier so ein riesen Gizomon. AT. Da muss ich später kennen, nicht jetzt. Ja, das ist mir schon klar. Ah, der läuft genau zwischen den Gizomon. Hm, dein Digimon sieht auf jeden Fall sehr amüsant aus. Ich hab noch nie ein so weißes Digimon gesehen. Ja, jetzt muss ich Gizomon artikeln. Doch, das kenn ich aus einer Art, ich weiß nicht, ob es eine Folge oder ein Film war. Auf jeden Fall japanischer Art Digimon Film. Ähm. Sorry. Okay. Also 15 Gizomon AT. Und, äh, 10 Leader. Also, es geht schnell. So, dann können wir jetzt sofort gerade den Weg da hinten ablaufen, wo die Devimon normalerweise spawnen. Ja, ich weiß nur, der Typ, mit dem ich eben die Stromer gemacht habe, gekillt habe, meinte, die würden hier überall rumrennen. Naja, die rennen hier normalerweise. Hier zum Beispiel. Dahinten rennen die. Deswegen hab ich gedacht, ich renne die ganze Karte ab und suche die. Aber die meisten stehen dann schon und warten wie geier da drauf. Der Typ, mit dem ich immer in der Party war, meinte erst, lass uns zusammen. Demi und den hab ich schnell rausgeschmissen. Also, wenn du da hinten bist, krieg ich die Kills nicht, ne? Du musst schon in meiner Nähe sein. Ja, hier ist auch nix. Ach so, ja, okay, dann komm ich. Lassen wir jetzt so Richtung nach oben rennen, alles was wir sehen und der, wie man's killen wir. Ansonsten gehen wir dann direkt so und man's aber auch Digimon. Also, du hast auf jeden Fall einen netten Zahnstocher für deinen Digimon. Jopp. Ich hab grad aber überlegen, wie war das? Das ist entstanden durch die Kraft von allen Tamern, äh, allen, ähm, Digimon. Bah, so viele kamen zu mir. Ist das so? Ja! 10 Stück auf einmal! Heeeey! Moin! Moin! Lauf! Der will Ulf hier oder was? Das Chippie kann man für die Gästen. Ein Gippie soll hier am Baum auch und so weiter stehen. Leute, ich hab Hunger. Ja, me too. Acht Leute sind on. Nice. Acht Leute sind on. Acht Leute sind on an der Gilde? Nein! Nein! Ja, aber 16 Leute sind in der Gilde. Vorhin waren 19 in der Gilde on. Laufspom. Dann musst du das rechnen. Dann komm jetzt kurz.